In immer mehr Ländern arbeiten die Regierungen daran, die Restbevölkerung zu einer Impfung gegen Corona zu motivieren. In Griechenland zum Beispiel müssen ungeimpfte Bürger ihre Coronavirus-Tests ab dem 13. September selbst bezahlen. Ausgenommen sind nur Schüler und Schülerinnen sowie Genesene, Geimpfte und Menschen, die Symptome zeigen, kündigt der griechische Gesundheitsminister Fassilis Kikilias heute in Athen an. Außerdem können Arbeitgeber von ihren Beschäftigten eine Auskunft darüber einfordern, ob sie geimpft sind oder nicht und wenn nicht, können sie zwei Tests pro Woche verlangen. Ein Schnelltest kostet in Griechenland übrigens 10 Euro. Weit über 90 Prozent der Covid-19-Patienten auf den Intensivstationen sind ungeimpft, begründet Kikilias die Maßnahmen, die mindestens bis zum 31. März 2022 gelten sollen. Im Freizeitsektor setzt die Regierung die Menschen besonders unter Druck. Geschlossene Räume von lokalen Theatern, Fußballstadien und ähnlichen Einrichtungen dürfen künftig nur noch von Geimpften besucht werden oder von Genesenen, deren Infektion nicht länger als sechs Monate zurückliegt. Auch Maßnahmen für Reisende innerhalb des Landes kündigt Kikilias an. Ungeimpfte müssen dafür einen negativen Test vorlegen können, der nicht älter als 48 Stunden ist. In Griechenland gilt bereits eine Impfpflicht im Gesundheitssektor und beim Militär.